ähm lustigerweise bin ich jetzt der host und hab das ganze gestartet um wirklich auf wen zu warten ich hab da nicht drauf geachtet ich hab einfach gedacht ich gehe auf na ich habe ihn gesehen na also es geht doch was hat er eigentlich eine waffe äh so genau das ist sogar eine schlechtere wie die ich hab wo ich auch das war ich doch nicht ich war ja noch nicht mal ich wollte jetzt zielen und abdrücken war gerade überrascht dass ich da gerade nicht zielen kann vielleicht war der noch nicht mit nachladen fertig kann das sein vielleicht habe ich ihn erwischt vielleicht auch nicht ist mir ziemlich wurscht den muss ich mal anders runterknallen zumindest mal nicht jetzt wo ich keine sniper habe das war natürlich jetzt mal krass ja klar dass ich den nicht mehr treffen konnte ich war ein zweiter von und die hat eine sniper okay ja vielleicht prob ich gleich mal nach einem update für die waffe vielleicht geht dann doch noch was mit zielen oder so ich hab's jetzt nicht gelesen verdammt verdammt wieso können die mich treffen aber ich die nicht nacht ist doch echt nervig jetzt hat man schon einen die so klein zoomt und dann doch nicht trifft naja es gibt schlimmeres es gibt schlimmeres wow kacke ja hm hm in die zange genommen von drei leuten und damit der sniper kaputt geschossen naja es gibt echt bessere tage hm und ich bin gespannt hat jemand zerlegt sieht fast so aus ok ich sollte nachladen granate habe ich schon geworfen hm Wie? Warte. Der stand permanent hinter der Scheibe. Hat er mich da mit der Granate... Oh, eine Granate. Ich wollte mich schon aufregen. Weil hätte er mich mit einem Schuss erledigt, dann wäre er aber hier zappenduster gewesen. Ah, komm schon. Von hinten runter springen in mein Gesicht. Sicher ist das nicht so schlecht. Ach, komm schon. Wow, das ist echt übel jetzt. Wow, das war meiner. Ich hab nichts mehr zum Nachladen. So, okay, so geht's auch. Aber das lief doch jetzt eigentlich mal ganz gut. Ich weiß noch nicht, was da an Schief lief. So. Sniper-Duell. Ich hasse das Sniper-Duell. Oder, was noch schlimmer ist, sind Sniper-Duelle mit normalen Waffen. Die sind echt ätzend. Och, komm schon. Ich hab dem fünf Treffer reingewirkt. Und die fünf Treffer haben dir nicht mal die Hälfte des Lebens gekostet. Irgendwas stimmt hier nicht. Also, bei manchen Spielern ist echt was kaputt. Außer natürlich, er hätte 200... Ja, ist ja sinnvoll. 250, dann hätte ich ihm die Hälfte seines Lebens gezogen. Wow. Oh, das ist knapp verdammt. Oh, oh. Hm. Äh, schöne Waffe. Ich hätte die gerne noch ein bisschen behalten. Durf natürlich jetzt leider nicht. Äh, ja, glücklicherweise hatte ich dem dann noch den Headshot verpasst. Sonst wäre da gar nichts mehr gelaufen. An Punkten oder Kills oder sowas für mich. Gucken wir mal. Hm, na. Okay. Ist natürlich jetzt blöd. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jetzt bin ich wahrscheinlich dran. Nein. Doch bin ich. Ach, dieser X-Bizion Z ist echt gut. Ach, der hat diese große Waffe. Hm. Interessant. Hm. Hat die echt so eine Streuung und so eine Durchschlagskraft, dass die einfach alles erwischt? Oder ist es einfach nur die hohe Feuerkraft? Blue Team is now winning. Mal sehen. Oh, die Schrotwinde war weg. Äh. Verdammt. Komm raus. Ich hab ihn. Wenigstens hab ich ihn gleichzeitig erwischt. Was bedeutet 10 zu 11? Da guckt man ja dann auch hin und wieder mal drauf. Ähm. Nun ja. Hm. Blue Team is now winning. Aber es ist annehmbar. Im Vergleich zu sonst ist es eigentlich schon... Äh. Ne. Im Vergleich zu sonst ist es gut. Jetzt hab ich ein bisschen viel Leben verloren, aber... Ein Sieg, ein Sieg und jetzt alle nochmal hier rein. Äh, ich hab keine Granate mehr. Mist. Naja. Ja.